Bevor wir mit dem Video beginnen, haltet euer Popcorn bereit und abonniert den Kanal. Drückt doch auf Gefällt mir und schnallt euch an, denn es wird gleich verrückt werden. Mein Vater verschwand für Jahre und kam dann mit einer neuen Familie zurück. Du fragst dich wahrscheinlich, wie sich das alles abgespielt hat. Nun, lasst mich euch sagen, es war eine verrückte Erfahrung. Du würdest es wahrscheinlich nicht glauben, aber glaubt mir, es ist 100% wahr. Ich wuchs als einzige Tochter mit meiner Mutter und meinem Vater auf. Wir waren immer glücklich und haben immer gelacht. Sonntags hatten wir einen Spieleabend. Wir spielten Monopoly, Ludo und Jenga. Das war so lustig. Ich habe mit meiner Mutter einen Kuchen gebacken und ich habe das Wacken wirklich geliebt. Und mit meinem Vater sind wir an der nahegelegenen See gefahren und haben geangelt. Ich war nicht der typische Teenager. Ich liebte und respektierte beide. Ich wollte so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen. Deshalb war es ein Schock, als mein Vater verschwand, nur um Zeit bei seiner neuen Familie zu verbringen. Aber dazu komme ich später. Lasst mich erstmal zurückspulen. Mein Vater arbeitete für diese Marketingfirma, die ihren Standort oft wechselte. Anstatt uns zu zwingen, alle paar Monate umzuziehen, fuhr mein Vater an bestimmte Orte, um seine Arbeit zu erledigen. Und eines Abends hatte er ein Meeting, das mehrere hundert Meilen entfernt war. Er nahm ein Auto, verabschiedete sich von meiner Mutter und fuhr los. Er fuhr sehr früh am Morgen los, sodass er genug Zeit hatte, das Treffen zu erreichen. Meine Mutter und ich haben uns nicht viel dabei gedacht. Er fuhr ständig weite Strecken für die Arbeit. Aber als es Nacht wurde und Papa immer noch nicht zu Hause war, begannen wir uns Sorgen zu machen. Wir vermuteten, dass er vielleicht einen Unfall hatte oder so. Oder sich verfahren hatte. Er war immer pünktlich zu Hause. Das war so untypisch für ihn. Schließlich, als es zwölf war, beschlossen wir, die Polizei zu rufen. Sie suchten die Strecke ab, auf der er unterwegs war und fragten Passanten, ob sie meinen Vater gesehen hatten. Aber niemand hatte was bemerkt. Es gab weder Berichte über einen Unfall, noch über ein Fahrzeug meines Vaters. Es war, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Währenddessen flippten meine Mutter nicht aus. Wir befürchteten, er könnte entführt worden sein. Oder schlimmer, tot. Wir stellten uns vor, wie er irgendwo in den Wäldern verschollen und verhungert wäre. In dieser Nacht schliefen wir kaum. Am nächsten Morgen fuhren wir los und suchten ihn. Wir fuhren den ganzen Weg bis zum Treffpunkt, aber es gab keine Hinweise drauf, wo er sein könnte. Auf dem Rückweg fuhren wir durch einen schmalen Weg, der durch den Wald führte. Als ich meine Mutter bat anzuhalten, ich muss auf Toilette, sagte ich ihr, hielt sie das Auto am Straßenrand an und ich springe raus und eilte zum Waldrand. Aber dann blieb ich stehen. Da lag etwas auf dem Boden. Ein Stück Papier. Ich beugte mich runter und hob es rauf. Und ich rief. Mama, Mama, komm, sieh dir das an. Was ist es? Fragte sie. Ich reichte ihr das Stück Papier. Schau, es ist eine Quittung für zwei Flaschen Orangensaft. Meine Mutter schaute mich ungläubig an. Ich nickte. Das könnte von Dad gewesen sein. Weißt du, mein Papa ist ein Orangensaft-Fanatiker. Er trank jeden Tag praktisch zu jeder Mahlzeit Orangensaft. Er lebte und atmete und hungerte danach. Es konnte kein Zufall sein, dass genau auf der Strecke, die er an diesem Abend zurückgelegt hatte, ein Bon für Orangensaft gefunden wurde. Auf dem Weg zum Treffen oder auf dem Rückweg, was auch immer, hätte er leicht für Orangensaft anhalten können. Es war absolut plausibel. Meine Mutter sagte mir, ich soll keine voreiligen Schlüsse ziehen. Das könnte von jedem sein. Aber ich war überzeugt. Dad war diesen Weg schon gegangen. Also war es vielleicht irgendwo in der Nähe? Ich flehte und bettelte meine Mutter an, die Polizei anzurufen und von diesem Ort zu erzählen. Sie sollten hier eine Suchexpedition durchführen. Sie zögerte, aber sie sah die Verzweiflung in meinen Augen und lenkte ein. Am nächsten Tag traf der Suchtrupp ein. Und was sie fanden, veränderte alles. Ein Auto, den Hügel hinunter, krachte in die Seite des Baumes. Die Front war zerknittert und es war mit Laub bedeckt. Aber es gab keinen Zweifel. Das war Dads Auto. Meine Mutter und ich waren so erleichtert, aber auch besorgt. Dads Körper war nicht im Auto, was bedeutete, dass er den Unfall überlebt hatte. Aber wo war er? Wenn er heil rausgekommen wäre, ist er dann nicht sofort nach Hause geeilt? Wenn nicht, bedeutet das, dass er irgendwo verletzt oder verloren im Wald lag? Wir suchten den Rest des Waldes an diesem Tag ab, aber es gab kein Zeichen von ihm. Nicht einmal einen Fußabdruck. Wir beendeten die Suche und waren enttäuscht. Ich hatte nur Hoffnung, dass wir meinen Vater finden würden. Wenn ich morgens aufwachte, erwartete ich immer, dass er in der Küche war, wie er immer da war und Eier und Speck kochte und eine Melodie pfiff. Aber jeden Morgen, als ich die Treppe runterrannte, fand ich die Küche leer vor. Mein Vater war immer noch verschwunden. Ich dachte wirklich, ich würde ihn finden. Aber aus Tagen wurden Wochen, dann Monate. Wir hatten wirklich keine Ahnung, wo er war. Ehe uns wir versahen, näherte sich der einjährige Jahrestag von Dads Verschwinden und wir begannen zu glauben, dass Dad tot war. Warum sonst sollte jemand so lange verschwunden sein? Er muss sich in den Wäldern verirrt haben und verhungert sein. Das war die einzige Erklärung. Mein Therapeut ermutigte mich, weiterzumachen mit meinem Leben, aber es fiel mir schwer. Ich glaubte immer noch, dass mein Dad irgendwo war. Und ich schätzte, das war auch so. Zwei Wochen nach Dads einjährigen Verschwinden war ich im Lebensmittelladen, um ein paar Sachen zu kaufen, als ich glaubte, jemanden zu sehen, der mir bekannt vorkam. Es war ein Mann, mit dem Rücken zu mir, mit einer grünen Mütze. Ich glaube, etwas an seinem Körperbau zu erkennen, die Art, wie er sie trug. Dann drehte er sich um und ich schrie fast vor Überraschung. Es war mein Papa. Mein Papa. Er war am Leben. Er hatte einen Bart wachsen lassen, aber ich würde ihn überall wiedererkennen. Er stand auf der anderen Seite des Ladens, sodass ich sprinten musste, um ihn zu erreichen. Aber dann drängte sich die Menschmenge an mir vorbei und ich verlor. ihn in dem Meer von Menschen. Sie drängten sich den Gang runter und als ich an die Stelle ankam, an der Papa stand, war er weg. Ich suchte überall. Ich rannte durch den ganzen Laden. Ich ging nach draußen, um zu sehen, wo er war. Aber da war nichts. Keine Spur. Ich hatte schreckliche Angst, dass er wieder verschwinden würde. Schließlich, nach zwei Stunden des Suchens, ging ich nach Hause. Als ich zu Hause ankam, erzählte ich Mama alles. Ich erzählte ihr, wie ich Dad gefunden hatte. Das Gesicht meiner Mutter hatte sich zuerst aufgehellt. Und als ich ihr erzählte, dass ich Dad entdeckt hatte, aber dann verschmolzen ihre Gesichtszüge langsam zur Enttäuschung. Schatz, ich glaube, du halluzinierst. Nein, ich habe das nicht. Das war echt. Ich bin mir sicher, sagte ich. Warum ist er dann nicht zu uns zurückgekommen? fragte sie traurig. Warum ist er so nah dran, aber macht sich nicht die Mühe, uns zu sagen, dass er noch lebt? Sie hatte ein gutes Argument. Es war sehr seltsam. Und es war viel logischer, als ich es mir vorgestellt hatte. Mein Therapeut sagte immer, dass Visionen und Halluzinationen von verlorengegangenen Liebenden ganz normal sind. Also nickte ich meiner Mutter zu und sprach nicht mehr darüber. In der nächsten Woche ging ich wieder in den Laden. Aber diesmal kam meine Mutter mit. Wir kamen im Laden an und machten uns die Arbeit, all die Sachen unserer Liste zu besorgen. Wir hatten vor, an diesem Abend einen großen Braten zu machen. Mama wollte Apfelkuchen backen und wir dachten, wir hätten eine Belohnung verdient. Als wir durch die Gänge schlenderten und Zutaten einkauften, entdeckte ich wieder eine grüne Mütze. Ich wischte mir die Augen und tatsächlich, da war sie, diese grüne Mütze. Ich schaute zur Seite, um sie besser sehen zu können. Und da stand er, ganz nonchalant, mein Vater. Mom, komm schnell her. Mom eilte herbei. Was ist los? Was ist los? Ich zeigte auf den Mann, der genauso aussah wie mein Vater und sah zu, wie die Farbe aus dem Gesicht meiner Mutter wich. Sie trug eine Milchtüte, aber sie fiel zu Boden und verschüttete überall Milch. Meine Mutter und ich standen wie erstarrt an Ort und Stelle, gelähmt vor Schock, bei dem Anblick meines Vaters, ihres Mannes, der uns seit über einem Jahr abhandengekommen war, der direkt neben uns stand. Ich wollte gerade rufen, um vor Erleichterung zu ihm zu laufen, als eine Frau zu ihm herüberkam. Sie schien ihn zu kennen und wir sahen entsetzt zu, wie sie sich zu ihm beugte und ihn küsste. In den Händen hielt sie ein kleines Baby, offensichtlich ein Neugeborenes, und Papa beugte sich prompt herunter, um das Baby auf den Kopf zu küssen. Wir konnten unseren Augen nicht trauen. Mein Vater mit einer neuen Freundin und einem Baby? Was? Das konnte doch nicht wahr sein. Auf keinen Fall konnte Dad uns sowas antun. Aber da war er. Genau da stand er. Wir konnten uns nicht belügen. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich winkte meiner Mutter zu mir zu folgen. Ihr verletzter Blick war eingefroren. Ich ging zu meinem Vater hinüber. Ich wollte ihn zur Rede stellen. Ich wollte ihn fragen, warum er uns verlassen hatte. Warum er uns im Stich gelassen hatte. Ich klopfte ihm auf die Schulter. Er drehte sich um und lächelte mich an. Er schien nicht mal durch meine Erscheinung beunruhigt zu sein. Als wäre ich nur irgendjemand. Ein Fremder. Nicht seine eigene Tochter. Ich biss den Schmerz in meinem Herz zurück und sprach, Wie konntest du das tun, Dad? Das Lächeln meines Vaters verschwand. Wie bitte? Du hast mich gehört, sagte ich nervös. Du bist ein Feigling. Mein Vater legte den Kopf schief. Es tut mir leid. Kenne ich sie? Ich wich erschrocken zurück. Was für ein Spiel spielte er da? Das war krank. Ich war schockiert. Was hatte das alles zu bedeuten? Meine Mutter kam rüber zu uns und sah ihn misstrauisch an. Hör auf damit, Howard, wandte sie sich. Das ist ernst. Howard? Mein Dad kratzte sich am Kopf. Es tut mir wirklich leid, aber sie verwechseln mich mit jemand anderem. Mein Name ist Elijah. Dann trat die Frau, die mein Vater geküsst hatte, vor. Sie sah uns alle verwirrt an und fragte, ist alles in Ordnung? Diese Leute sagen, sie kennen mich, sagte mein Dad. Sie schaute uns neugierig an. Oh, naja, vielleicht kennen sie dich. Sie sah uns genau an. Ähm, das könnte sein. Das ist vielleicht ein Schock, aber Elijah hat sein Gedächtnis verloren. Er hat Amnesie, versteht ihr? Meine Welt geriet aus den Fugen. Diese Frau, sie machte keinen Sinn. Mein Vater würde uns nicht einfach vergessen. Aber dann erinnerte ich mich an den Unfall. Wie das Auto da lag. Wir wussten, dass er, wenn er noch lebte, nach Hause kommen würde. Aber das ist die Sache. Er war im Leben, aber er konnte sich nicht an die Familie erinnern, zu der er nach Hause kommen sollte. Ich muss sagen, dass diese Tortur sehr unangenehm und peinlich war. Wir erklärten der Frau, sie sagte, ihr Name ist Maddie, dass wir Papas Familie seien, dass ich ihre Tochter war und dass meine Mutter seine Frau war. Maddie war, gelinde gesagt, überrascht. Sie erzählte uns, dass sie Elijah, oder für uns Howard, vor ein paar Monaten geheiratet hätte und das ihr Baby ist. Nun, das war zu viel für uns, um es zu verarbeiten. Es passierte so viel auf einmal. Maddie schlug vor, einen Therapeuten aufzusuchen, um uns zu helfen, das durchzustehen. Sie bot uns an, eine Sitzung zusammen abzuhalten und das taten wir. Mein Vater, seine Frau und die andere Frau, ihr Baby und ich, gingen am nächsten Morgen zu einer Therapiesitzung. Dad gab immer noch nicht zu, dass er uns jemals gekannt hatte. Er entschuldigte sich, sagte, er wünschte, er könnte sich erinnern. Aber dieser Teil seines Gehirns schien einfach verschwunden zu sein. Und da kam mir die Idee, wenn wir vielleicht was finden könnten, das seine Erinnerung auslöst, um diesen verlorenen Teil wieder herzustellen, würde er sich vielleicht an uns erinnern. Und alles wäre wie früher. In der nächsten Sitzung brachte ich etwas mit, woran er sich erinnern würde. Orangensaft. In der nächsten Sitzung stellte ich ein Glas Orangensaft vor ihn hin. Meine Mutter und ich beobachteten ihn genau und warteten auf irgendeine Reaktion. Aber es kam nichts. Doch dann nahm er das Glas in die Hand, inspizierte den Inhalt und ließ das Glas plötzlich los. Es versplitterte auf dem Tisch und langsam, wie durch ein Wunder, sah er uns an. Ich erinnere mich, sagte er. Wir weinten und wir umarmten uns, während Maddy unbeholfen an der Seite saß. Uns war klar, was passiert war und was noch kommen würde und wir lehnten uns zurück. Meine Mutter schaute zu Dad und zu Maddy und sie sah schmerzlich aus, angesichts dessen, was als nächstes passieren würde. Dad schien es zu begreifen und er fuchtete mit den Augen zwischen den beiden Familien hin und her. Der alten und der neuen. Bleib bei Maddy, Schatz, sagte Mom. Ich war schockiert von ihren Worten, aber ich wusste, dass es das Richtige war. Der Vater, den wir kannten, hatte uns seit dem Unfall verlassen. Sicher, ein Teil von ihm erinnerte sich dran, wer wir waren. Aber jetzt war alles anders. Er hatte eine neue Familie und in Wahrheit würden Mom und ich gut allein zurechtkommen. Aber, begann Dad, aber er hörte auf zu sprechen, als Maddy und sein neugeborenes Baby ansah. Er nickte stumm, aber Tränen liefen ihm übers Gesicht. Es tut mir leid, dass es so sein muss. Ich liebe euch trotzdem, flüsterte er. Meine Mutter sah zu Boden. Es ist nicht deine Schuld. Sie hielt inne. Ich liebe dich auch. Nach dieser Sitzung blieb Dad bei Maddy. Sie wohnten gleich in der Nähe von uns und ich sah ihn sehr oft. Seltsamerweise wurde meine Mom und Maddy beste Freundinnen. Es stellte sich raus, dass sie eine Menge gemeinsam hatten. Ich schätze, mein Dad hatte einen gleichen Geschmack. Es war die eigenartigste aller Beziehungen. Meine Mom und mein Dad hatten zwar immer noch eine Bindung, aber es war mehr eine Freundschaft als die eines Ehepaares. Ich kam Dads Baby sogar sehr nahe. Sie war ein bezauberndes kleines Mädchen und ich war froh, eine kleine Schwester zu haben. Aber in manchen Nächten konnte ich meine Mutter weinen hören. Sie war sehr tapfer, aber es war so viel für einen anderen Menschen. Ein paar Jahre lang blieb sie allein und ich ermutigte sie, wieder jemanden zu finden, den sie lieben konnte. Sie verdiente das sehr. Sie war zögerlich, aber schließlich fand sie jemanden. Sie ist jetzt verheiratet und ich bin so glücklich, dass meine Mutter wieder lieben konnte. Als mein Vater verschwand, veränderte sich alles in meinem Leben. Aber ich schätze, daraus wuchs und erblühte meine Familie zu dieser schönen Sache. Also bin ich auch irgendwie dankbar auf eine Art und Weise. Und ich bin so glücklich, dass meine Mutter wieder lieben kann.